Das Schicksal hat's vollbracht, der Teufel ist endlich wieder da. Um die Anzahl der Menschheit stark zu reduzieren, wir werden endlich alle krepplieren. 666, wie wunderbar, dass auch viele leiden, schreien und weinen. Denn sie wollen ihr wertloses Leben behalten und können sowieso nichts erreichen. 666, wie wunderbar, dass auch viele leiden, schreien und schreien. Und wird Feuer entfacht und du wirst nach jeder Umrunde um ein Stückchen verbrannt. Das Schicksal hat's vollbracht, der Teufel ist endlich wieder da. Um die Anzahl der Menschheit stark zu reduzieren, wir werden endlich alle krepplieren. Halloween ist es interessant, die Nachbarschaftsinterfonds. Ich zwinge sie zum Schlafen mit dem Messer in der Hand, ihre Leichen werden verbrannt. Ha 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 ha... Ab und ist so lang nicht erwischt, er ist wieder da. Ein weiterer Exorzismuspriester glauben nicht, was sie sehen. Wollen mich mit Weitwasser bezwingen und mit Bibelfersen in die Hölle zwingen. Doch merken, es ist Halloween. Vorsicht am Boden, verteilt es Kerosin, ich habe Feuer bereit. Das Letzte, was man hört, ist ein entsetzlicher Schrei. Man sucht mich wieder mal im Wald, doch diesmal ist doch kein Slenderman oder Siren Head, sondern eine Family an Bäumen aufgehängt. Besonders deine Eltern schaubieren dich, sie hatten den entsetzlichsten Blick, den dein Wesen nur haben kann. Sie wurden neun Stunden lang extrem gefoltert, als nächstes sind deine Geschwister dran. Halloween-Psychopathen haben Freigang. Das Schicksal hat's vollbracht, der Teufel ist endlich wieder da, um die Anzahl der Menschheit stark zu reduzieren. Wir werden, denke ich, alle krepieren. Halloween, es ist interessant, die Nachbarschaftslitter vorhangen sich, zwängen sie zum Schlafen mit dem Messer in der Hand, ihre Leichen werden verbrannt. Verbrannt. Siren Head ist wieder da und hat ein Cartoon-Camp mitgebracht, eine Hexe verbirgt sich in der nächste Tür, um dich auf magische Reisen vor der Rhein zu begleiten. Doch aufhören wirst du gejagt, ist Sirenen in der Nacht, im Wald beginnt der Spaß. Siren Head wurde durch Hexen kleiner gemacht, der Kopf von einer Maske verschleiert, die Kraft grenzenlos erweitert. Er hängt dich durch die ganze Nacht, du läufst zu einer Kasse. Du zitterst, dass ich erscheine, Siren Head kriegt übelste Angst. Er weiß, ich bin der Meister des Horrors, des psychischen Feuterns und du bist mein nächstes Opfer. Du musst 18 zusammen, um überleben zu können, sonst werde ich dich finden, dir dein Leben nehmen, es wird dich keiner vermissen. Der Schicksalanz vollbrach, der Teufel ist, denke ich, wieder da und die Alter der Menschheit stark zu reduzieren, wir werden, denke ich, alle krepieren. Wir werden, denke ich, alle krepieren. 6667 Wunderbar, dass auch viele leiden, schreien und weinen, denn sie wollen ihr wertloses Leben behalten und können sowieso nichts erreichen. 6667